Hallo zusammen, Izzocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt schaut gerne in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ihr werdet einen Greifen brauchen, anzunehmen, weil Lord Kommandant Tavad in der Weißkrone, in dieser Position. Vor Quest war, Blut im Wasser. Ich nehme die Quest auf während des Wedges 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch ist für dieses Gebiet. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in ViyotlK Classic. Nun darf man sich in dieses Gebiet begeben und darf solche Greifen töten. Da gibt es mehr wer davon. Dahinten ist auch einer. Da sind auch noch welche. Ich schnapp mir mal gleich diesen hier. Wie gesagt, ich bin zu hoch für dieses Gebiet. Ich töte die Mobs mit einem Schlag. In ViyotlK Classic müsst ihr halt normal gegen sie kämpfen. Nun haben wir diese Seite gelootet. Greifenzügel des Ansturms. Ich empfehle euch, diese noch nicht zu benutzen, sondern erst in diese Richtung zu fliegen, weil ich glaube, diese Greifenzügel des Ansturms sind nur mit 150%. Wenn euer Mount, das ihr besitzt, auch noch 150% hat, ist es egal. Solltet ihr aber ein 300% Mount haben, ist es schneller, wenn ihr so bis hierhin fliegt, dann das Item benutzt und dann das steuert. Seht ihr, das ist viel langsamer. Nun darf man hierhin fliegen und hier heißt es auf der 1 Greifen übergeben. Eins drücken und zack, erledigt. Quest ist abzugeben bei Utsoto des Rufers. In der Weißkrone an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.